Kennst du das? Du hast die rote Pille geschluckt und die Welt um dich herum ist nun eine völlig andere. Auf einmal bist du umgeben von Gewalt, die offenbar nur du siehst und die anderen nicht. Überall stümmelte Individuen, Leichenteile und Ausscheidungen wie Milch und Eier, die die Geschichte von unzähligen Leid erzählen. Du schaust dir die Bilder und Videos immer und immer wieder an und kannst jetzt nicht fassen, dass du diese Wahrheit nicht schon viel früher erkannt hast. Und so sehr du dich jetzt auch bemühst, deine neu gewonnenen Erkenntnisse und Informationen zu teilen, niemand scheint dir zuhören zu wollen, nicht einmal die Menschen, die dich angeblich so sehr lieben und respektieren. Veganismus ist für dich nun jetzt logisch und für andere nicht. Du versuchst zwar die anderen auf deine Seite zu sehen, aber fast alle halten dich für verrückt oder beschimpfen dich sogar. Und auf einmal leidest du an Phystophie. Phystophie ist der Weltschmerz der Veganer. Du kannst nichts gegen diese Gewalt, gegen dieses Leid, gegen diese Ermordung und gegen diese Tierkatzs unternehmen und fühlst dich alleine. Du bist hilflos ausgeliefert. Ich war früher ein riesengroßer Fleischesser und Kuhmilchtrinker, bis man im Jahr 2011 das Buch Schokolrecher der Tiere in die Hände fiel. Es war sehr leicht zu lesen, es war in einfacher Sprache und es war sehr interessant. Ich habe noch nie so etwas Schreckliches und zugleich Spannendes gelesen. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, musste ich vegan werden. Es ging einfach nicht anders. Ich fragte dann im Internet, in Facebook nach, wieso Veganer keine Kuhmilch trinken. Dann wurde mir die grausame und schreckliche Geschichte über die Milchindustrie erklärt und gezeigt. Es war ein richtiger Schock für mich. So viel Leid, so viel Qual und Gewalt, was mir den Tieren, den Opfern antun, war einfach zu viel für mich. Ich war sehr wütend auf die Menschheit, auf die Menschen, die den Tieren sowas antun. Aber nicht auf mich, der auch jahrelang dieses grausame System unterstützte. Dann stieg bei mir eine innerliche Wut und Traurigkeit auf, die ich an anderen Menschen, an Fleischessern ausließ. Zwar war diese Wut und Traurigkeit berechtigt, half mir persönlich aber nichts. Es schwächte mich eher, also musste ich mir was anderes überlegen. Ich musste unter Gleichgesinnten, die mich verstehen, die das Leid kennen, die gegen das Leid auch kämpfen. Also beschloss ich, mir Gleichgesinnte zu suchen. Ich fand auch schnell im Internet Gruppen und Menschen, die sehen konnten und nicht mehr blind waren. Ich ging dann auf vegane Veranstaltungen, auf vegane Stammtische, auf vegane Grillabende, auf vegane Messen und so weiter. Jetzt ist es mittlerweile auch so, dass ich Positives berichten kann. Durch mich werden einige Menschen vegan oder denken immerhin darüber nach. So hatte ich mal eine Kundin beim Allnatur, wo ich gearbeitet habe, dazu bewegen können, von Kuhmilch auf Hafenmilch umzusteigen, um so ihre Rheuma in den Griff zu bekommen. Ein anderes Mal habe ich eine Kundin auf dem Friedhof, wo ich beim Bau- und Wertstoffhof gearbeitet habe, dazu bewegen können, Kuhmilch wegzulassen und auf Hafermilch und Soja-Joghurt umzusteigen. Auch ihr ging es danach um einiges besser. Was hilft mir aber noch, mental und emotional stabil zu bleiben und nicht einzusacken? Und auf mich selbst zu achten. Ich sage es dir, es sind genau fünf Punkte, die mir helfen. Punkt 1. Zum einen mal ein Zulassen der Wut und Traurigkeit. Nicht verdrängen und darüber bügeln, sondern annehmen, ernst nehmen, zulassen und da mal ordentlich durchtauchen. Das darf auch mal richtig wehtun und richtig heftig sein. Wir dürfen uns erlauben, um die Tiere zu trauern, die wir nicht retten können. 2. Gleichgesinnte suchen. Wie schon gesagt, die gerade das Gleiche durchmachen wie du. Die sehen können und nicht mehr blind sind. Auch unter vegan lebenden Menschen gibt es verschiedene Menschen. Vegan heißt Respekt vor dem Leben und soziales Denken und Handeln. Vegan ist nicht gleich vegan. 3. Mir selbst verzeihen. Ich habe leider erst spät erkannt, dass vieles, was mich in den Gesprächen mit Non-Vegans triggert, war, dass sie es nicht sehen wollen, dass sie es nicht verstehen können. Der Schmerz, das Leid der Opfer, dass sie damit leben wollen und ich nichts dagegen tun kann. Ich muss zusehen, wie meine Tiergeschwister vergast, erschossen, verstümmelt, gegessen und missbraucht werden und das für dumme Menschen. Aber ich muss auch verstehen und sehen, dass ich für dein Verhalten nichts mehr kann. Ich bin nicht du. Selbst wenn du noch tötest, muss ich zurückstecken. Ich kann dich nicht, ich kann da nicht die Polizei anrufen, weil du ein Schnitzel bist. Ich kann die Polizei rufen, wenn du ein Kind vergewaltigst oder wenn du eine Frau schlägst. Aber ich kann nichts dafür, dass du noch tötest. Ich muss mir aber selbst verzeihen und ich muss selber sehen, ich töte nicht mehr und ich bin jetzt ein guter Mensch. 4. Bewusst akzeptieren, dass Veränderung Zeit braucht und dass Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen sehr wichtig sind. Ich bin ein Macher. Ich beschäftige mich mit etwas, finde es logisch, richte und setze es um, Punkt. Ich muss mich dann damit nicht mehr beschäftigen. Es immer wieder zerreden und immer wieder durchkauen. Und das ist eigentlich das, was mir Aktivisten immer und immer wieder tun müssen. Ich muss mir sehr oft die Bullshit-Argumente der Non-Vegans anhören. Mir fällt aber immer wieder was ein, was ich dazu sage. Oder ich wiederhole einfach nur das, was ich immer sage. Vielleicht wird der Mensch erst beim dritten oder vierten Mal Wiederholen vegan. Dann ist es halt so. Das ist auch okay für mich. Was ich aber nicht dulde und auch nicht dulden muss, ist, wenn der Mensch mich ankurzt und nur dumm daher redet. 5. Klare Abgrenzung und verschiedene Kreise schaffen. Am Anfang war ich hin und her gerissen von dem Gefühl, wenn ich nichts für die Tiere sage, bin ich ein Verräter. Und ich musste mich auch mit meiner Familie und mit meinen Freunden und Bekannten auseinandersetzen und Arbeitskollegen. Wie schon gesagt, ich bin nicht die andere Person und wenn die andere Person noch tötet, kann ich nur eins machen. Entweder ich kann mit ihr reden oder ich gebe mich nicht mit dieser tolle Person ab. Das Kreisprinzip. Es gibt bei mir drei Kreise. Mein innerer weißer Kreis ist meine Schutzzone, meine Ladestation, mein Tempel. Hier möchte ich mich mit dem Thema veganes Leben, soweit es geht, auseinandersetzen. Ich bin ein sehr stolzer Veganer, also ich bin stolz, vegan leben zu dürfen. In den inneren Kreis dürfen nur andere vegan lebende Menschen, mit denen ich mich gerne umgebe und abgebe, weil es einfach gut tut. Ich rede gerne über das vegane Leben, wie schon gesagt. Dazu gehört Sport, Medizin, Fitness, Ernährung, Kochen, Backen, über Fleischesser sich lustig machen, vegane Meems und so weiter. Dann gibt es den gelben Kreis. Da sind Arbeitskollegen drin und Leute, die zwar nicht vegan leben, aber die ich sehr schätze. Hier trage ich meine Überzeugung klar nach außen und kommentiere auch, selbst wenn ich nicht gefragt werde. Gemeinsame Essen, die nicht pflanzlich sind, also die mit Tierleichen, Muttermilch und Hennenperioden sind, meide ich, wo es noch geht. Meine persönlichen Grenzen von dem, was vermeidbar ist, liegt mittlerweile sehr hoch. Meine Zeit ist mir einfach viel zu kostbar und wertvoll, als dass ich sie mit Menschen verbringen möchte, die entgegen meiner Überzeugung leben und die Leid unterstützen. Im roten Kreis setze ich mich proaktiv mit den Argumenten der Non-Vegans auseinander, auf der Straße oder online. Das ist der Bereich, der mir am meisten Kraft fordert, aber der auch am meisten Überraschungen mit sich birgt und manchmal eben auch die schönen Glücksmomente bereithält. Zum Beispiel ist auch mal ein Mann durch mich vegan geworden. Er konnte abnehmen, sein Körpergeruch wurde besser, er musste weniger duschen, seine Gesundheit verbesserte sich. So etwas ist sehr schön mit anziehen zu dürfen. Natürlich verschwimmen die Kreise auch mal miteinander, wo ich dann verschiedene T-Shirts mit veganen Nachrichten trage. Ich trage eigentlich jeden Tag vegane Kleidung, vegane Hoodies oder vegane Kappen, überall steht vegan drauf. Die Botschaft muss in die Welt gebracht werden und ich sehe mich als derjenige, der diese Botschaft gerne in die Welt trägt. Und damit komme ich auch schon zum letzten Punkt, der mir hilft, mental und emotional im Gleichgewicht zu bleiben und das heißt Dankbarkeit. Mich selber feiern für das, was ich und wir alle anderen schon geschafft haben und gütig zu mir selbst sein. Auch wenn ein Gespräch mit Non-Vegans mal nicht so gut gelaufen ist und er nicht vegan werden will, wie ich es gerne hätte. Wir sollten uns einfach öfter mal selbst mit dem gleichen Mitgefühl begegnen, was wir den Tieren entgegen bringen wollen. Und dankbar für jeden veganen einzigen Schritt sein. Natürlich ist es gut, wenn du von heute auf morgen, von einer Sekunde auf die andere Sekunde gleich sagst, du bist vegan und du tötest nicht mehr. Aber du solltest halt trotzdem Schritte machen und zwar nicht nur Schritte, wo Tiere und die Umwelt noch missbraucht und geschändet wird, sondern Schritte, wie du lernst selber vegan zu werden und da biete ich ja den kostenlosen veganen Helfer an. Wir sollten nach vorne schauen und uns bewusst machen, dass unsere Bemühungen tatsächlich einen Unterschied machen. Naja, und dann gehört für mich natürlich auch folgende Punkte dazu, wie gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßig Sport und körperliche Betätigung etc. Denn unser Körper ist unser Gefäß, durch das wir Veränderungen herbeirufen und wenn unser Körper genährt und mit Energie versorgt wird, sind wir besser für diese ganzen Herausforderungen gerüstet. Damit bin ich nun am Ende meines Vortrags und ich hoffe, wir sehen uns bald beim gemeinsamen Aktivismus für die Tiere. Denkt immer dran, wir sind ihre Stimme, denn sie werden nicht gehört und wir sind es ihnen und uns selbst schuldig, belastbar zu sein, damit wir gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen können, in der alle Lebewesen mit Respekt, Würde und Achtung behandelt werden, egal wie lange es dauert. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir das noch erleben werden, bis jeder Käfig leer ist. Dankeschön. Danke.